Hallo meine kleinen Röpser, na? Wann habt ihr das letzte Mal geröpsst? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und schreibt doch dazu, wie der Röpser auf einer Skala war. Also war es da so ein kleiner Mini-Röpser, so ein 1 von 10 oder war es da 10 von 10, so ein richtiger? Ah, der kam so von unten und da kam vielleicht noch was mit Röpser. Schreibt es einfach mal rein, findet euren Röpspartner. Wir röpsen jetzt auch ein bisschen die Gegner weg in PUBG mit Fischi Kai, Fuddel und mir der Franzi. Let's go! Let's go. Let's go. Immer wenn ich... Die Franzi. Fuddel ist nur am Röpsen hier. Ähm, liebe Franzi. Ja, lieber Arthur. Okay, wir machen mal gleich nach der Runde, okay? Denk dran, wir müssen noch was besprechen. Okay, machen wir gleich. Was müsst ihr besprechen? Wir müssen was besprechen. Macht ihr gleich, oder? Bei der Runde, da kommt was. Oh, der ist im Baum gelandet, lol! Lol. Das will ich eigentlich immer. Aber die anderen nicht, also pass auf. Oh oh, das sind sogar Gegner. Noch mehr? Der hat den genockt? Ich nicht, das war ein anderes Team. Ja, der hat den... Hab den Kill geklaut. Oh, ich hab Schluße. Er hat den Kill schoen. Er ist ja auf Orange im Satellite drin. Der Kloss, gerade rüber. Ciao. Ciao. Bella, ciao. Bella, ciao. Ciao, Bella. Ich muss schreien, aber ruhig. Oh, maaaannn! Obwohl du, ja. Ich muss Fischi retten. Der ist ja hinter gesprungen. Fudel, komm bitte. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich hebe auf, du aimst. Ja. Ich weiß nicht, wo Gegner sind. Vor uns. Das Haus Richtung Westen. Links schräg. Hat Fischi was zum Heilen? Nein. Energy Drink hab ich, danke. Oh, ich hab keinen Platz. Du musst Headshots geben. Mhm. War der im Triple drin? Den habe ich da. Der ist down. Schön. Alter, du bist so eine Maschine, wirklich. Aber er rülpst dir nicht. Das nervt. Ja. Geh da rein. Schwein. Könnte noch was anderes drin sein auch. Ich geh da rein. Ja. Mit Mut. Nate? Von euch? Nee. Nein. Dach, oder? Ja. Oh, oh. Da ist noch ein zweiter. Ich bin low. Auf dem Dach. Da ist so eine, so ein, so ein, so ein. Ich hab alles daneben gekauft. Rechts, rechts. Oh shit. Das andere, rechts meint er. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Das war ich. Wo ist er? Nee, ich. Hab ihn gefunden. Hab ihn gefunden? Ich peek auch nochmal. Ich sehe ihn nicht. Der ist in den, äh, Dings. Ich hab ihn gesehen, aber ich kann's gar nicht markieren. Der ist in den Menschen, allerdings. Bleib liegen. Bleib doch liegen. Nein. Ich hab hier mal Angst vor Nates. Oh, Franziska. Okay. Loy. Orange. Waypoints. Da drin, auf grün, in dem Fenster, so ist der oben. Äh, Verbände habe ich. Danke dir. Wolltest du einen wiederhaben? Ich seh ihn. Warte, ich bin noch gleich. 3, 2, 1. Wer war meins? Ist im rechten? Ich bin, ach so, ja, rechts. Ja. Haben wir ihn gesehen? Oh, er hat auf mich geschossen jetzt. Ich peek weiter. Red's mich gleich, Fuddel. Ich bin noch hin. Ah, ich hab ihn nicht. Schade. Er geht runter. Ich hab mir schnell noch einen Helm. Ach du Scheiße, rechts ist noch einer. Nee, ist ja nicht rechts. Wo rechts? Ähm, ich zeig's gleich. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Aber ich nicht. Ah doch, ich seh's. Ah, lock, lock, lock. Ah. Der auf grün ist aber noch am Leben, ne? Ja, grün lebt. Ja, der ist unten. Hinten raus. Schön. Ich bin mehr, ich bin mehr wie so eine Kamera an diesem Spiel hier. Also ich zeig immer, wie die anderen Leute, andere Leute killen. Das hab ich heute bei den Aufnahmen gemacht. Ah. Oh, das ist auch wichtig. Das muss man auch mal machen. Ja. Ich find, das habt ihr super gemacht. Brauch ich mal ein Wangi-Polz, die hab ich da hingelegt. Ja, doch. Ich brauch Magazine und Griffe und so. Ich hab ein Schlüssel für uns. Ich brauch ein Zweierweste, falls jemand eine sieht. Ich brauch überhaupt eine Weste. Oh, Scheibe. Okay. Ich brauch was zu essen. Scheibe? Was du? Ja. Was sind denn eure Lieblingsnudeln? Spaghetti. Diese grünen Spinatnudeln. Oh, die sind auch lecker. Welche? Diese Spinatnudeln. Grüne Bandnudeln. Genau. Weiß ich nicht. Oh, die sind lecker. Jetzt hab ich keinen Platz mehr. Weil die die Rücksäcke kleiner gepatcht haben. Mhm. Schon wieder. Schon wieder. Ja, ja. Weiß nicht. In meinem Sinne. Bitte? Was? Ach so. Oh, Penne finde ich irgendwie nicht so geil. Ich hab eine Emergenzie. Das Ding ist irgendwie. Ich hab eine schlechte Erfahrung mit Penne gemacht. Weil immer wenn ich Pennenudeln zu etwas hatte, hat das Gericht einfach nicht so geil geschmeckt. Ich weiß nicht, ob es an den Pennenudeln, also ich glaube nicht, aber irgendwie waren es die nicht. Also ich hab tatsächlich auch Pennenudeln hier, weil ich wollte eigentlich Nudelauflauf machen vor ein paar Tagen. Hab ich aber nie gemacht. Und ich wollte eigentlich so kleine Röhrennudelchen kaufen. Und die hatten sie aber nicht, deswegen musste ich Penne nehmen. Aber ich find die irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich mag lieber Spaghetti irgendwie. Hast du ein Auto gehört oder was? Ich dachte draußen. Irgendwie Spaghetti ist meine Top 1. Linguini sind auch geil, so ein bisschen die dickeren Nudeln. Nicht so komplett dick, aber so diese etwas dickeren Spaghetti. Was sind Fliegennudeln? Ach, diese, diese, ich weiß, was hier du meinst. Ja, ja, doch. Aber die würde ich auch, das sind für mich so Nudeln für Nudelsalat oder so. Das sind für mich keine, die esse ich jetzt mit Soße Nudeln, sondern das sind so Nudelsalat Nudeln irgendwie. Ja, ich denke, ich würde ja eh die Weste holen jetzt. Ja, Spaghetti mit rauer Soße immer. Immer, immer, sehr wichtig. Nehme ich auch immer. Wegen der Soßen-Sache, ja. Fossili. Die sind geil, ja, die sind ganz nice. Und die ist blau. Ich pack dich ein. Die sind ganz nice. Wer packt dich ein? Ich hab eine Weste gefunden. Nee, doch nicht. Aber ich mag Spaghetti am Eis. Wo ist denn der Schlüssel für Franzi, der nächste? Hier, oder? Äh, ja. Äh, orange. Ja. Orange. Orange, rouge. Äh, c'est, hallo? Hallo? Ja, ich bring Fischi grad zur Weste. Achso. Der bringt mich zur Weste. Alter, das ist schon was. Wer hätte jetzt auch die Weste zu Fischi bringen können. Im Auto, ne? Aber, das hat keinen Führerschein, wollte ich gerade sagen. Er ist falsch rumgerannt und deswegen kommt er hier nicht rein. Und jetzt muss er irgendwie... Ja. Nee, da war auch eine zwei Weste. Jetzt ist es geiler, Karbonat. Mann, jetzt, ey, nicht, können wir, also, ich liebe es, über Essen zu reden, das wisst ihr, aber können wir gerade nicht über Essen reden. In der Türe? Geil. Vielleicht heute mal nicht, ausnahmsweise. Ich bin eine wichtige Frage. Wie sieht der Stand der Technik bei wasserdichten GTS aus? Ich fühle meinen Lebensmittelpunkt gerade gerne unter den Duschenfaller. Ich dachte gerade kurz, du hättest irgendwas verschüttet, ey. Ich war schon kurz, ich hatte schon Schiss, ey. Oh, es ist echt viel zu warm, ne? Obwohl, also, bei mir, also, gerade, wie gesagt, ist es bei mir aushaltbar. Ich glaube, hier drinnen ist es gerade angenehmer als draußen. Ich habe was angeheftet, was? Zurück! Wir müssen wir haben, der ist super low! Ich bin super low. Egal. Halt euch. Ich habe keine Ahnung, ich habe da irgendwo aus Versehen draufgedrückt, Sachen. Halt euch, wir sind bait, wir sind bait und ihr schießt. Aber ich bin low. Ja, heil dich. Ja, ist okay. Mach ja. Einer halb hoch, vodelt siehst du ihn. Ne, ich heil mich gerade. Ist der ein? Oh. Der läuft hier oben. Ich bin fast RIP. Ich bin RIP. Was ist denn das? Oh, mein aber gelb. Liegen vier Stück. Wo? Ich zieh den bei gelb nicht. Ja, die springen wirklich nur auf Flasch, oder? Hab einen. Verstehen. Der hat mich geflischt. Oh, war gelb? Ne. Ne, close by. Franzi war ein. Franzi, kannst du mich holen? Ja. Hast du smokes? Ja. Krass. Enter open again. Ja, die Typen sind schon wieder... Hast du Heal? Ja. Die müssen rüberkommen, um mir Mate zu retzen hier. Danke sehr. Der ist ungefähr bei grün down, der Mate von denen. Headshotted. Hab den geflasht. Wo sind die denn? Seht ihr die noch? Gelb, gelb, gelb. Down, gelb, gelb, gelb. Ich glaub in der Smoke vielleicht noch einer. In der Smoke hier von mir, oder? Ne, dahinter. Ne, ist doch nicht. Self-Revive? Kann er nicht haben, oder? Und in der kleinen Hütte war keiner, da war doch auch einer hingerannt, oder nicht? Ach, oben am Berg, bei Baum. Gelb. Habt ihr den gehört, oder? Das ist hier, glaub ich, wer da rechts. Der geht zu seinem Mate, ich hab den geflasht nur. Ich hab mal einen Kill gekriegt. Ja, ich hab geflasht. Oh, die Zone. Ach, Mann, Jungs, warum macht ihr so was? Ach, du hast den. Ich hab ihn. Muss doch echt nicht sein. Ich hab einen Foto-Chip auch. Ja, ja. Sehr schön. Ich fahr mal kurz zu den, ihr könnt die looten. Franzi, einer liegt dort. Auf Orange. Ich fahr kurz mit dem Foto. Äh, bitte. Foto wieder. Da kommt er gleich schon wieder in einer Minute, dann hat er keine Daunte. Na ja, perfekt. Auf der Straße liegt irgendwo mein Loot, ne? Kann der mir den markieren? Boah, es ist immer so wild, Mann, was hier passiert. Ach, wobei, vergiss es, Zone ist ja gar nicht so anders. Ich komm mir gar nicht runter, vergiss es. Ja. Wie viele Smokes hast du, Fischi? Äh, drei. Kannst du mir eine geben, weil ich hab keine mehr? Ich weiß nicht, ob Kai meine eingesammelt hat, ich hatte da noch vier bei mir sonst. Ja, unten am Auto liegen welche auf der Straße. Ja. Ah, ja. Was ist da? Smokes noch? Smokes. Smokes. Irgendwo liegt da meine Kiste. Zwei bis vier weitere Klimaanlagen zu investieren. Nein, das ist so wenig. So weit, sie müssen weiter links. Oh. Links vom Ohr. Also jetzt gerade geht's auf jeden Fall. Aber, ja, ich verstehe das. Darf ich die First Aid nehmen? Ich hab nämlich gar keins. Oh klar, nimm, nimm, gönn dir, gönn dir. Wo will ich denn hin, ey? Shit. In die Zone. Ist das Auto noch gut bei euch unten? Ich lande mal neben Pochinki vielleicht. Das hast du doch gerade genommen. Ach, das habt ihr nachgezogen. Das hab ich hochgefahren, damit ich da crazy shit machen kann. Ach scheiße, da wo ich landen wollte, fährt gerade ein Auto hin. Ach scheiße. Ach scheiße. Kai holt uns ab, ne? Ich hol euch ab, ja. Jetzt geht's los. Wilder Ritt. Wir müssen auch ziemlich weit da so. Sollten mal. Wir haben auch noch ein Emergency Pickup, ne? So ist nicht. Dann lass fliegen. Hä? Warum fliegen wir denn nicht? Ich hab das gesagt. Ach komm. Das war fliegen. Au. Außer Luft geholt. Dennis dachte, Fischi ist mein Papa. Nein. Okay. Hey Dennis. Es musste ja irgendwann passieren. Es ist ja. Endlich ist es soweit. Irgendwann musste ja mal jemand vor der Tür stehen. Hallo Papa. 22 Jahre schon her, Fischi. Junge Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das dumme ist, das ist sogar realistisch. Die wilde Jugend, die wilde Jugend. Das ist sogar möglich. Machst du nix. Wo warst du all die Jahre? Ich war mal hier. Kippen holen kurz. Ich war nur kippen. 24 Jahre her. Jetzt rechnet er in seinem Kopf, ob das sein kann. Ja. Ja, mit 15. Nee, da hatte ich noch keinen Sex. Wie? Ich auch nicht. Erst mit 16. Ich war spät. Spät dabei. Also ich liege ungefähr dort. Franzi, ran. Ich bin noch dran. Er wollte das Nummer F drücken. Der Arsch. Wir können nicht eigentlich einsam. Und wie ernst er das gesagt hat, Lila. Wo liegst du Vodl auf grün? Circa. Team 16, jawoll. Wo haben die dich schossen? Und wurde von da unten erschossen. Ach, du wurde schon wieder. Das ist ärgerlich tatsächlich. Schon wieder. Ohohohoho. Alte ist. Wie Fischi nix mitkriegt immer, ne? Nee, ich guck in den Chat und so. Wenn er im Luten ist. Der Fischi muss Autofahren. Lass ihn. Und ich bin alt. Ohoho. Jetzt hat er die alten Karte gezogen. Mhm. Telefon hat von euch keiner, ne? Nee. Aber wir landen auf dir, töten die und dann holen wir dich wieder. Wo landen wir auf dir? Und die haben Drop da unten. Beim Compound. Aufgründen wollt ihr landen. Widerholen, oder? Ja. Komplett open. Nee, lass mal nicht da landen jetzt. Da ist doch Berg, ist doch super. Da ist doch, da kannst du doch super gut spielen. Ihr wollt jetzt auf grün, das war jetzt keine Verarsche. Nein, ich... Irgendwo dort liegt meine Kiste. Weißt du ungefähr wo, Futter? Ihr könnt doch hier oben bleiben. Oben ist auch gut. Und ich lande auf Futter. Franzi guckt noch. Siehst du was, Franzi? Ja, ich guck gerade. Wenn du irgendwas wiedererkennst. So ein Stein oder ein Baum oder so. Sag Bescheid. Da ist ein Stein. Da? Nee. Wo warst du? Ja, irgendwo auf dem Berg halt. Die Gespräche heute. Also das musst du dir aber später mal ein bisschen genauer merken. Ja, ich wurde ja aus der Luft geschossen. Das war so ein bisschen... Schwierig. Scheiße. Ja, dann scheiße. Da ist drauf. Wir finden nicht ihn. Ah, ich hab ihn. Oh geil. Stark. Geilala. Ich geh schonmal zum... Ich geh schonmal zum... Willst du, willst du hier reviven? Orange, ja? Orange, ja? Wo? Ja, ich komm mit. Clear schonmal die Area. Das... Ja, clear die Area. I'm clearing die Area. Oh, da ist Shootings. Dann war der auf uns, ne? Bei grün. I'm clearing die Area. Please wait. Die sind rechts von mir, die sind nicht da. Die Shots. Okay. Ja, aber gibt ja noch andere Leute, die grad nicht schießen, die auf der Map sind. Meinst du? Ja. Mit Fisch hier an meiner Seite fühle ich mich wohl. Fisch ist immer so weise, ne? Ich bin sehr weise. To the rescue. Warum hast du eigentlich noch keinen grauen Bart, Fischi? Hab ich schon ein bisschen. Hast du? Ein bisschen, fängt an. Yeah. Aber so, aber so, aber so, so, ähm... Wie sagt man? Jetzt bin ich aber gespannt. Äh... Gescheckt. Gescheckt? Heißt das nicht so? Das heißt, bei Pferden heißt das so, wenn die so... Weiße Fleckchen haben, dann sind die... Gescheckt. Kole, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich dich ritzt. Spiel endlich mit. Hallo Peter, lustig. Was geht? Ja, wir können die töten hier. Alles, was hier kommt, töten. Alles, was hier kommt. Aber die Tonne bewegt sich schon. Ja. Also vier, Digger. Wir machen so. Nein, ich hau ab. Ja, ja. Guck, was ich markiert hab, Fischi. Oh, oh, oh. Lauft einfach in die Zone. Lauft in die Zone. Wie wir vorraten. MK14, oder? Einfach hier runter zu mir. Und in die Zone. Ja. Papa. Oh, oh, Auto. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Echt? Nee, hä? Aber checkig heißt doch... Ich dachte, das wäre wirklich so ein Ausdruck. Also meine ich jetzt wirklich ernst. Das fand ich irgendwie auf Beleidigungen gemeint. Gescheckt. Heißt das nicht so? Bei Pferden? Da ist gerade ein Auto in die Richtung gefahren. Das kann... Wir müssen weiter über unten rein. Habt ihr genug Keeling dafür? Ein bisschen Blut zu denken? Äh... Ich hab ein bisschen was... Ist richtig, ne? Checkig auch verrückt. Achso, checken. Im Sinne von CH. Nee, 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 nee. Nicht mit CH. Nicht checken. Also nicht checken, sondern checken. Wo soll ich denn landen? Nicht... Sch... 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 Ich lande bei euch. Also... Wir müssen hier vorne hinkommen. Zu Orange. Es steht ein Auto neben euch. Oder? Tigercheckel ist gezündet. Bei Grün steht das? Ist das nicht ein Auto? Tigercheckel ist gezündet. Wir sind jetzt zu Orange spitzig. Wir spielen Orange... Und dann spielen wir so in die... Aber die neue Zone ist doch... Hinter Grün am Baum liegt auch ein einzelner Spieler. Da landen gerade Leute in der Stadt, Leute. Wo liegt ein Spieler? Der Grün. Der Grün. Hinten am Baum. Hinter dem Auto. Den kannst du looten. Den kannst du looten. Den kannst du looten. Oh geil. Den können wir nicht finishen. Leider schon landen. Wir müssen... Ihr lauft weiter. Ich komme mit dem Auto hinterher. Was? Oh, das ist nur menschlich. Aber das ist doch... Und da sind auch noch Leute gelandet? Oh mein Gott. So gefährlich, ey. Sau gefährlich, was hier passiert. Franz wird nachher eh alles töten. Wir müssen jetzt irgendwie vorne hier in die Rillen kommen. Und das geht nur über links. Okay, okay. Ich finde seine Kiste nicht. Wo war der hinge... Oh Gott. Oh nein. Oh Fudel. Achso. Ihr habt den gar nicht getötet. Du kannst doch den hier looten. Das war der Mate von dem. Okay. Pass auf. Wir machen das jetzt voll. Hast du den markiert? Ja, auf Orange. Ja, liegt hier. Wir... Wir groupen jetzt hier. Und wir senden alle. Komplett alle. Wir fahren komplett hier rein. Trust me. Wir warten jetzt, bis Fudel den gelootet hat. Bis er die Waffe hat. Franzi, bitte nicht zeigen. Und dann fahren wir full speed. Ja, hier vorne, hinter dir. Hier. So. Hey. Ich habe irgendwie einen anderen Mark von dir gesehen. Ja, alles gut. Und dann fahren wir full send in die... In die Ding rein. Vorne. Seid ihr bereit? Volles Fund, meinst du? Volles Fund. Volles... Volles Mett. Ich bin dabei. Wart noch, wer heals für mich. Wir sind dabei und so. Ja. Panzer? Ich begrüße sie. Danke. Wir müssen jetzt langsam... Ich muss noch eben heilen. Dann können wir los. Okay, heil. Panzer fährt Pucinki rein. Okay. Da ist einer auf dem Dach. Bei grün. Ja, bist du ready? Komm rein. Der geht wieder rein. Ja, ja. Wir senden jetzt. Full send da rein, ja? Get ready. Also bei grün auf dem Dach. Also dahinter. Ich habe leider das Auto... Und dann müssen wir uns verteilen. Da, Panzer. Oh mein Gott. Bisschen schräg für Cover hier hingestellt. Passt auf. Wir müssen... Hier war einer, oder? Orange. Mit dem Panzer. Wir haben so. Wir haben komplette Zone. Wenn wir hier überleben... Kann... Franzi, kannst du orange reingehen? In den... Äh... Ja. Da kommt noch ein Auto. Pass auf, da kann schon was sein. Da kann schon was sein. Ja, ja. Ja. Ich komme mit dir mit. Hier ist nichts. Ich habe gar keine... Aber da kommt ein Auto von Südosten. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Das ist auch nice. Was wir haben. Sau gute Posi. Was, der fährt weiter. Hier am Stein. Oh, die schießen auf mich. Ich geh wieder runter. Ich tauch wieder ab. Oh shit, aua. Nades. So, ich geh ein Stück weg vor dir. Das ist die gleiche Ridgepeake wie du, glaub. Ah, okay. Wir mussten uns ein bisschen zurückziehen, aber ne. Um am Fenster. Ah, das ist... Der endt grad nur auf uns. Franzi, pass auf, dass hinter dir in deinen Rücken nichts mehr reinläuft. Ja. Ah, ich hatte ihn ver... Analog. Aber woanders. Was? Oh shit. Oh shit. Oh oh, Franzi. Ah, ah. Ich bin aber safe. Ich geh schon, ich geh schon. Schöne Nate. Über uns ist was. Franzi, kam bei uns. Ich muss sie tragen. Ja, ja, ja. Ich muss sie tragen. Mach mal. Beschütz mich. Schön. Ist noch nicht safe hier. Was ist was? Ich muss noch weitertragen. Über uns. Richtung Haus. Im Haus los. Oh boah. Was hast du aus dem Heim-Panzi? Ich hab alles. Boah. Alles gut, alles gut. Über uns halt Mitte. Boah, was war das? Wird nicht mehr draus gemufft. Aber zwei Seiten ist halt die Scheiße. Ja, ja. Das ist gut, dass die Zone zugeht halt. Wo ist der denn? Ah, irgendwo da? Am Haus. An der Hausbahn ist der. Rechte Seite. Was ist das für das? Okay. Haha. Schön. Welcher? In dem Aufbau in dem Haus. Nein. In dem Aufbau in dem Haus. Ich geh flaschen. Nee, es hilft nicht. Haben wir die Blues um. Die pushen. Die pushen. Die kommen über uns. Ich seh nix. Hier, Franzi. Danke. Ich flasche. Ah, oben am Fenster. Ich seh nicht den Scheiß-Motor. Und überall. Tor, Baseball. Andra- Ich hab kein Henner. Stark, Voddel. Insta? Ja. Ich hab einen noch hier oben. Stark. What? Woddel, bei dir lebt noch was oben in den Bildern, oder? Ne. Ich glaub auch. Satellite, ne ne, Satellite. Lol. Nice. Flush nur, flush. Warum? Oh Gott. Der hat einen AP vor dir. Und noch Satellite, oder? Oh, was? Der ist Low. Der ist Low. Ich weiß nicht, ob er Low ist. Nein, der hat mich. Jetzt hat er noch mal Hits bekommen. Aber doch nicht Low. Jetzt ist er Low. Der letzte. Hol mal Franzi, oder so. Ich mein, ich glaub an dich, aber. Du willst smoke? Kommt raus, ist jetzt direkt neben mir. Läuft an der Zone entlang. Song, sound, 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 sound. Oh, stark, Alter. GG, let's go! Gutes Game. GG! Geil. Wow, was ist das? Ich hab keine Musik, aber... GG, chat! Krass. Crazy. Ich hätte den schon haben müssen, ey. Kacke. Holy Macaroni. GG. Das sind geile Runden heute. Geil. 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 Geil.